Was genau machen wir denn da eigentlich jeden Tag? Machen wir einfach nur WDV-Systeme und verkaufen sie? Nein, wir machen so viel mehr. Wir machen aus Erbstücken ganz einfach Schmuckstücke. Aus einem alten Haus eine neue Liebe. Und wir machen es so, dass die Höllen fallen. Augen staunen, Tränen fließen. Wir machen aus Kaltbau Warmbau. Wir machen nicht nur die Dämmung. Wir machen's haltbar. Für die nächste Generation. Wir machen Freude. Wir machen Wärme. Und Liebe. Wir machen nicht einfach nur WDV-Systeme. Wir machen Menschen glücklich. Große und Kleine auch. Brillux. Wer dämmt, gewinnt.